Willkommen zu einem neuen Tech-Video von Motor Report, heute mit dem Nissan Juke. Es ist jetzt acht Jahre her, dass wir den Nissan Juke gefahren sind, das erste Mal. Wir haben jetzt hier in der neuen Generation auch einige Fahrerassistenzsysteme dabei. Wir haben schon in der Visio, also in der einfachsten Ausstattung, drei wichtige Sachen an Bord, nämlich eine Verkehrszeichenerkennung, einen Notbremsassistenten aktiv und einen aktiven Spurhalteassistenten hin. Das heißt, er kann dann auch schon lenken. Uns geht es aber heute vor allem um das Fahrerassistenzpaket, beziehungsweise auch Safety Shield genannt. Da erst mal als Basic noch dreistellig, so 700, 800 Euro sind wir hier, bei der MT, bei der manuellen Schaltung. Wenn wir das DCT haben, heißt das Ganze Pro-Pilot-Paket, dann haben wir auch einen Stauassistenten dabei. Aber das Paket ist auch so ganz schön. Wir zeigen das mal mit manueller Schaltung. Safety Shield aktivierte ich hier und schon kann es losgehen. Fahrstreifenwandel tut er Winklitz an, Frontassistent einmal auf Set wird gesetzt und wir fahren jetzt schon teilautonom. Das war relativ easy. Gesteuert wird das hier mit den Tasten, also aktivieren, setzen, abbrechen, Abstand einstellen. Geschwindigkeit 1er Schritte, Geschwindigkeit 10er Schritte ist lang. Wir gehen auf 120, so viel ist hier erlaubt. Und wir sehen schon, wir folgen im Vordermann. Eine adaptive Abstandsregelung ist jetzt hier aktiv. Und wir sehen hier zweimal, dass auch das aktive Lenken ein ist. Und da sind wir schon bei diesem Fahrerassistenzpaket. Und da ist eben ein aktives Lenken mit drin. Wir sehen das hier an dieser Kurve. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem BMW im toten Winkel. Also er lenkt hier aktiv. Ja, vielleicht nicht ganz so gut wie sonst. Wir zeigen es gleich nochmal besser. Die Kurve ist ihm scheinbar schon zu eng. Und wir haben auch schon die Spurverlasswarnung gehört. Versuchen wir es nochmal hier. Also die Lenkräder hier sind grün im halb digitalen Tacho. Und jetzt schauen wir doch mal, was bei der Autobahnkurve passiert. Ob er hier noch lenken kann. Nein, also hier trifft man schon ab. Die Kurven sind schon etwas zu extrem. Wir zeigen das gleich noch bei leichteren Kurven. Ansonsten ist es schön dargestellt. Ich kann hier den digitalen Tacho durchschalten auf verschiedene, auf die Einstellungen, Kompass, Verbrauch, Informationen, Musik und so weiter. Und dann wieder die Fahrerassistenzsysteme. Ich wechsle gerade die Spur. Entsprechend ist das System nicht aktiv. Jetzt hat er angeblich auch keine Spuren erkannt. Mal schauen, wann es wieder geht. Jetzt ist er wieder aktiv. Gehen wir mal auf 100 kmh zurück. Er bremst jetzt leicht. Wieder eine Spurwarnung. Wer es gehört hat. Er hat jetzt abgebrochen, weil ich ihm zu falsch gelenkt habe. Ist nicht so toll. Fahren wir mal hier mit 100 kmh weiter. Die Hände müssen natürlich auch hier am Lenkrad sein. Er hat mich jetzt erkannt. Etwas leichtere Kurve. Ich nehme die Hände nochmal ein bisschen weg. So, die lenkt er jetzt. Also solche Kurvenradien sind noch in Ordnung, aber auch nicht bis ins Unermessliche. Gut, jetzt macht er es immer noch. Und das ist dann die Warnung, die immer auftaucht. Hände ans Lenkrad. Er warnt dann nochmal. Wenn ich sie nicht hinnehme, bricht er ganz ab. 100 kmh blinkt jetzt. Wir sind ein bisschen drüber. Er hat auch das Verkehrszeichen erkannt. Und das ist das, was hier sehr häufig passiert. Sobald ich die Spur zu verlassen drohe, bin ich bei dem Feature, das ich auch schon in der Basis habe. Er warnt dann nämlich mit einem massiven Vibrationsalarm. Also gefühlt, das ganze Cockpit vibriert. Ich mache das Ganze nochmal. Ich verlasse die Spur. Und wir haben wirklich einen Wahnsinns, ja, ein Wahnsinns-Feedback. Und er lenkt mich auch zurück in die Spur. Ich kann das Ganze nochmal zeigen. Er lenkt mich dann leicht zurück. So, wir können jetzt mal schauen. 100 blinkt, da ich etwas zu schnell bin. Das Verkehrszeichen wird gleich aufgehoben. Ich sage, wenn es soweit ist. Jetzt wird es aufgehoben. Und er sollte es auch eigentlich gleich wegquittieren. Hat er aber nicht gemacht. Er hat nämlich immer noch 100 bedingt drin. Das wundert mich jetzt, denn es sind alle Beschränkungen aufgehoben. Egal. Ich gehe mal etwas höher mit der Geschwindigkeit. Und das sehen wir schon. Bis 160 kmh kann ich das Ganze setzen. Und die minimale Geschwindigkeit, die ich setzen kann, wären dann, das kann man auch nochmal anschauen, 30 kmh. Also von 30 bis 160 kmh funktioniert das. Und wenn es um höhere Geschwindigkeiten geht, zeigen wir gleich mal das Nächste. Ich breche das Ganze mal ab. Beschleunige manuell ein bisschen. So, jetzt sind wir bei 160 kmh. Vorausfährt ein Scora Fabia. Und das Ding ist, sobald wir dem nahe kommen, wird relativ stark gebremst. Also jetzt ist die Differenzgeschwindigkeit nicht so hoch. Das heißt, er bremst eigentlich sanft. Ich wechsle die Spur. Dann dauert es kurz. Und wenn ich ganz vorbei bin, also jetzt, dann gibt er erst wieder Gas. Ein kleines Problem ist, die ACC geht zwar zuverlässig. Aber wenn ich jetzt mit 160 kmh auf einen Verkehrsteilnehmer auffahre, der vielleicht nur 120 kmh fährt, dann habe ich immer einen sehr heftigen Bremseingriff. Also er erkennt ihn und fängt genau ab da relativ stark an zu bremsen. Das können andere Hersteller geschmeidiger. Auch hier bei 140 kmh kann ich nochmal zeigen, wie er aktiv lenken würde. Hier geht es jetzt eigentlich erstaunlich gut zum zweiten Mal. Also erfolgt der Autobahnkurve sehr gut. Das Ganze nochmal in die Ansichtung. Wahrscheinlich wird er vorher warnen, hinterher ans Lenkrad. Macht er wieder. Ich fasse mal leicht hin. Das reicht dann auch schon. Das ist natürlich kein kapazitives Lenkrad hier. Das ist nur eine Erkennung des Lenkmoments. Und wir haben jetzt wieder gesehen, ich habe die Spur verlassen. Und er hat sich dann abgeschaltet, der Lenkassistent. Die ACC bleibt aber ein. Wenn er mich jetzt wieder eine Zeit lang erkennt, dann würde er auch wieder anfangen, aktiv zu lenken, hoffentlich. Nächstes Feature, das ich auch preispflichtig bezahlen muss, ist der tote Winkelwerner. Sehen wir auch gleich hier. Ist uns der Ford in den toten Winkel gefahren. Gleich kommt der nächste, ein Passat. Und wenn der auf unserer Höhe ist, blinke ich mal. Und dann wird hier auch geblinkt, sozusagen nochmal als Warnung. So, ich überhole jetzt hier im dichten dreispurigen Autobahnverkehr. Und werde jetzt gleich, also mit geringer Differenzgeschwindigkeit überholen. Und dann einscheren. Also ich fahre jetzt schon mal rüber. Zunächst wird es zu eng. So, ich fahre jetzt hier schon mal rein. Und dann passiert folgendes. Er drückt mich zurück. Also er hat jetzt gebremst und mich nach links gezogen, weil ich meinem Überholten quasi zum Nahe gekommen bin. Vielleicht können wir das Ganze nochmal zeigen. Das ist also, wenn ich nicht aufpassen sollte und nach rechts jemanden im toten Winkel habe und da reinfahre, dann würde er mich da auch zurückdrücken. Das ist also ein aktiver Spurwechselassistent oder aktiver toter Winkelassistent. Funktioniert auch sehr gut und es passiert auch nicht zu häufig. Wirklich nur dann, wenn es echt knapp ist. Zum Beispiel jetzt wieder. Ich fahre rüber und dann zieht er so gegen und verhindert, dass ich ihm quasi zu früh in den roten Winkel fahre. Kann mich aber auch nerven, da man eigentlich, wenn er dann warnt, doch meistens schon vorbei ist. Zum Abschluss noch die 360 Grad Ansicht. Die ist auch in diesem großen Assistenzpaket und nur da dabei. Ich lege meinen Rückwärtsgang ein und dann sehen wir hier sehr schön. 360 Grad Ansicht mit einer sehr guten Perspektive. Also für den Preis knapp 800 Euro für alles. Wirklich nicht schlecht. Und die Besonderheit ist, diese Rückfahrkamera hat eine Bewegungserkennung. Das heißt, wir haben hier nicht unbedingt super viele Sensoren. Die auch. Sondern es wird eine Bewegung erkannt im Kamerabild. Es wird quasi das Bild analysiert. Wir warten ganz kurz hier am Meck Parkplatz, bis sich etwas tut. So, es piepst schon und wir sehen, ein Corsa fährt durchs Bild. Also auch wenn ich jetzt ausparken würde, würde er dann, wenn ich ihm noch enger komme, nochmal warnen. Nicht nur hier in gelb, sondern auch außen mit den beiden LEDs in den Außenspiegeln. Ja, wichtig zu wissen auch noch, mit dem großen Paket und mit dieser 360 Grad Surround View Ansicht, kommen dann auch die Parkpiepser vorne und hinten. Zum Abschluss zeigen wir noch ganz kurz die Einstellungen. Also Fahrerassistenz, diese Ansicht hatte ich dauernd. Dann nach rechts komme ich in die Einstellungen. ESP Fahrerassistenz. Und dann sehen wir, Lenkassistent war kurz aus. Jetzt ist er wieder ein. Ich habe ihn ja hier unten deaktiviert. Das geht auch mit diesem Extra-Knopf hier unten. Muss ich also während der Fahrt nicht ins Menü. So, jetzt kommt die Sonne, dann spiegelt es wieder wahrscheinlich. Fahrspur. Land Departure Warning und Land Departure Prevention. Das heißt, Warnung, wenn ich sie verlasse. Oder auch das Gegenlenken dann unterhalb. Wieder zurück. Toter Winkel haben wir auch beides ein. Also die Warnung und auch dieses Gegenlenken, was ich gezeigt habe. Notbremsassistenz sowieso ein. Erlaubte Geschwindigkeit ist ein. Parkhilfe vorne, hinten. Entfernung, Lautstärke kann ich alles im Detail einstellen. Sehr schön. Ansonsten noch Querverkehrshinweis haben wir auch gerade gezeigt. Fahrerhinweis, weiß ich nicht, was es ist. Dann die Zeituhrhinweis könnte ich einstellen, wann er mich warnen soll. Ich gehe wieder auf die Voreinstellung. Niedrige Temperatur, Fahrwerksregelung. Das ist die Spurkontrolle, wenn er quasi wir in der Mitte, dass er mich in der Mitte halten soll. So, das war es. Und auch zu den Einstellungen. Wie gesagt, schönes Assistenzsystem. Sollte man sich natürlich leisten, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist. Gibt es ja auch in anderen Nissan-Modellen schon. Und echte Fans werden erkannt haben, auch mit dieser lila Farbe. Ursprünglich stammt diese Safety Shield von Infiniti, die wir auch oben rechts verlinkt gezeigt haben. Die Marke gibt es ja mittlerweile in Mitteleuropa und Westeuropa nicht mehr. Aber daher stammen eigentlich die modernen Assistenzsysteme bei Nissan. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback dazu. Und wir danken euch fürs Zuschauen. Besonders freuen wir uns natürlich über ein Abo und die aktivierte Glocke.